Es muss sein, das wisst ihr. Eine Schlacht lenkt man nicht mit einem Komitee. Ohne Glauben habt ihr keine Ritter. Ihr habt... Hauptmann? Ihr habt den Lord Sucher erwartet. Er schickt mich, um für euch zu sterben. Hauptmann, Lord Esmeral Avanage. Es ist mir eine Ehre. Das Ganze ist der zweiten Auflösung der wiedergewonnenen Dales nicht unähnlich. Zweifellos erhebt euch euer Rang über solche Dinge. Ein Jammer, dass das nicht mehr Leute erkennen. Das ist also die große Allianz, die die Inquisition anbietet? Lord Avanage, es wäre wohl klug, etwas Abstand zum Hauptmann zu wahren. Ihr und eure Silberzunge. Ich werde euch nicht den Ritter und seinen Hauptmann überlassen. Hauptmann Denim? Der Lord Sucher hatte einen Plan, aber der Herold hat ihn durch sein Kommen vereitelt. Das hat zu viele Widersprüche geweckt. Hauptmann, ich will auf der Stelle wissen, was hier vorgeht. Ihr hättet alle verwandelt werden sollen. Jetzt müssen wir die zweifelnden Ritter ausmerzen. Da gebe ich ihm ausnahmsweise... Der Älteste naht. Niemand, dessen Haut nicht rot ist, wird Theron Paul verlassen. Beim Atem des Erbauers. Jetzt sind wir die Schmähke für die Licht. Der Älteste naht. Was ist das? Wir werden ihn heilen und ihm den Prozess machen, sobald wir seinen Meister gefunden haben. Der Schlüssel des Hauptmanns. Ich würde den Lordsucher zu diesem Ältesten befragen. Was ist das? Verdammt! Jemand hat sie von der anderen Seite verbarrikadiert. Das ist ein Monster! Was sind das für Dinger? Das ist scheiße. Ich weiß. Was ist das für Dinger? Was ist das für Dinger? Bereitet sie vor. Bringt sie zu mir. War das der Lordsucher? Wo? Ich habe nichts gehört. Ich würde euch kennen. Ihr werdet so viel mehr sein. Zeigt mir, was ihr seid. Was ist das für Dinger? 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 Dinger? Was ist das für Dinger? Was ist das für Dinger? Was ist das für Dinger? 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 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 2017 Ihr zu sein wird weitaus interessanter sein, als den Lords-Sucher zu spielen. Wisst ihr, was aus der Inquisition werden kann? Ihr werdet es sehen. Wenn ich fertig bin, wird der Älteste euch töten und sich erheben. Dann werde ich ihr sein. Wer oder was ist dieser Älteste? Er steht zwischen den Dingen. Einst war er sterblich. Doch das ist vorbei. Seine Herrlichkeit wird kommen. Und der Älteste will, dass ihr dient wie alle anderen. Indem ihr auf die richtige Art sterbt. Erzählt mir mehr. Ich bin nicht euer Püppchen. Ich bin Neid. Und ich werde alles über euch erfahren. Sagt es mir, Herold, in eurem Verstand. Sagt mir, was ihr denkt. Sagt mir, was ihr fühlt. Sagt mir, was ihr seht. Das war unsere einzige Chance auf einen Frieden zwischen den Magiern und Templern. Und nun ist sie dahin. Nennst mir einen Grund, warum wir euch nicht auf der Stelle töten sollten. Unsere Feinde haben sich bedingungslos ergeben. Die Stärke der Inquisition kann sich mit der Macht jedes Königreichs in Thedas messen. Langsam entspricht unser Einfluss meinem Ehrgeiz. Aber wir wollen noch mehr. Das sind nicht meine Worte, Dämon. Hm. Beunruhigt euch Unvollkommenheit? Das ist nicht meine Worte. Der Herold hat uns alle gerettet. Unsere Einwohner bleibt uns für den Krieg zu schlagen. Keine Armee ist der unseren Ebenen. Wird ihr, wie ruhmreich meine Inquisition sein wird, nachdem ihr durch die Hand des Ältesten gestorben seid? Ihr seid verletzend. Wartet. Neid verletzt euch. Spiegel auf Spiegel auf Erinnerungen. Ein Gesicht, das er spüren, aber nicht imitieren kann. Ich will helfen. Euch. Nicht, Neid. Wer seid ihr? Ich habe euch schon einmal gesehen, oder? Ich habe zugesehen. Ich bin Cole. Wir sind in euch. Ich jedenfalls. Ihr seid immer in euch. Es ist einfach zu hören, aber schwierig, Teil des Gehörten zu sein. Doch ich höre und helfe. Hoffentlich. Neid hat euch verletzt. Tut es noch. Ich wollte helfen. Dann war ich hier, im Gehör. So ist es sonst nicht. Das Mindeste, was ich verlangen kann, ist, dass die Dinge in meinem eigenen Kopf einen Sinn ergeben. So funktioniert das nicht. Ich habe beobachtet. Beobachte noch. Jeder Templer wusste Bescheid, als ihr kamt. Sie waren beeindruckt, aber nicht wie der Lordsucher. Der Lordsucher ist ein Dämon des Neids. Er wäre gerne ich. Ja. Er hat die Kommandeure verdorben, ihren Zorn erzwungen, ihren Kampf. In ihrem Inneren sind sie rot. Egal. Ihr seid erstarrt. Neid will euer Gesicht. Ich hörte es, streckte die Hand aus, zog sie wieder zurück. Und dann war ich hier. Inwiefern ist mein Körper in der wachen Welt erstarrt? Gedanken sind schnell. Wir sind hier. Draußen fällt die Klinge noch, hängt in der Luft wie ein Sonnenuntergang. Wenn hier keine Zeit vergeht, heißt das, ich bin in Sicherheit? Nein. Es wäre gut, wenn ihr ginget. Also gut, Cole. Wenn ihr mir wirklich helfen wollt, wie komme ich hier raus? Es ist euer Kopf. Ich hatte gehofft, ihr wisst, wie ihr es beenden könnt. Tja, tue ich nicht. Das alles hier ist Neid. Leute, Orte, Macht. Geht ihr weiter, dehnt Neid sich aus. Es erfordert Kraft, mehr zu finden. Eine Person zu sein ist schwierig. Seid viele, zu viele, immer mehr. Dann bricht Neid zusammen und ihr bricht aus. Wenn wir also in meinem Kopf weitergehen, ermüden wir Neid, bis er aufgibt? Vielleicht. Ich hoffe, das hilft. Aber immer noch besser, als hier zu warten, bis ihr euer Gesicht verliert. Hier entlang. Ideen sind laut hier. Macht sie lauter. Denkt an Wasser. Ich soll an Wasser denken? Ja. Dieses Ding kann euch nicht helfen. Hilfen. Betrogene Verbündete werden euren Namen verfluchen. Wie die erste Inquisition werdet ihr Blut, Zerstörung und Furcht verbreiten. Außer ihr tut es nicht. Das müsst ihr nämlich nicht. Nichts von all dem ist real. Es sei denn, ihr lasst es geschehen. Was habt ihr zu eurem Verbrechen zu sagen? Verschwinde, Ding. Ich lerne. Ich verlange Gerechtigkeit. Los, bringt sie zum Galgen. Niemand wird denken, ihr seid ich, Dämon. Kennen euch eure Freunde so gut? Nicht so gut, wie ich euch kennen werde. Es ist dunkel, aber nicht real. Denkt an Funk. Geht weiter hinauf. Dort seid ihr mehr als Neid. Und das ermüdet ihn. Gut. Glaube ich. Was für eine Art Feuer ist das? Was für eine Art Feuer ist das? Was für eine Art Feuer ist das? Wie geht es? Sehr hart. Hup! Die Gefangene hat versagt, die Sucherin. Nachhand, was ich weiß, wollte sie versagen. Die Gefangene hat versagt, die Sucherin. Nachhand, was ich weiß, wollte sie versagen. Ich habe nicht genug gesehen. Die Gefangene hat versagen. Die Gefangene hat versagen. Und er bringt noch mehr Dämonen mit. Bevor ich das zulasse, sterbe ich lieber. Rechtschaffenheit stand auch dem Lordsucher gut zu Gesicht. Ihr lasst den Herold mehr sehen, um ihre Gestalt nachzuzeichnen. Aber was sie sieht, macht sie stärker. Schweigt! Ihr wollt schwierig sein? Dann seht euch das Vermächtnis der Inquisition an. Ihre Anhänger, Wirte für Dämonen, eure... Fast geschafft. Geht weiter hinauf. Und dann? Ihr macht Nein, dass wir die Bescheid. Er wird wohl bald herauskommen. Er ist wütend, aber das macht nichts. Ihr seid es auch. Ich denke, wir sind ihnen entkommen. Nein! Lauf! Stirb! Klingen bereit machen! Stirb! Fast geschafft! Geht weiter hinauf! Es heißt, der Herold hätte diese Dämonen nach Silenes Ermordung gerufen. Eine Abscheulichkeit. Warum hat es wirklich Angst in der Nacht so stehen? Stehen! Was ist denn? Das war die Mühe. Fast nicht wert. Das war die Mühe. 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 Gemein! Gemein! Dieses Ding hat euch ganz gelassen. Hat verhindert, dass ihr mir eure Gestalt gebt. Was hättet ihr davon, ich zu sein? Was hättet ihr davon? Was? Wir fangen wieder von vorne an. Mir schmerzt dieses Mal. Er hat Angst vor euch. Verschwindet aus! Verschwindet aus! Der Lord-Sucher! Nein, ein Hochstapler. Dieses Monster hat dafür gesorgt, dass wir nicht vorbereitet waren. Ich weiß immer noch nicht, womit wir es hier zu tun haben. Es tut mir leid. Ein Dämon des Knights hat den Lord-Sucher ersetzt. Knight? Dann ist der Lord-Sucher! Gefangen oder tot? Beim Erbauer. Er hat den Orden mit dem Roten Lyrium korrumpiert, nicht wahr? Ich wusste, das verfluchte Zeug ist gefährlich. Sie geben uns oft neue Lyrium-Arten, unsere Kommandeure. Einige benutzten das Rote Zeug als Erste, um zu beweisen, dass es harmlos ist. Die Ritter wären die Nächsten gewesen. Dieser Dämon hat unsere Führer verzaubert, damit wir keine Fragen stellen konnten, als die ganze Sache begann. Dann haben eure Anführer die Templer für den Dämon korrumpiert. Dann werden wir das in Ordnung bringen. Templer, was ist Knight? Ein Feigling-Bruder! Er lernt, macht weniger Fehler. Aber was am wichtigsten ist, er versteckt sich. Wir brauchen unsere Veteranen. Unsere Kommandeure sind verloren, aber unsere Leutnants kämpfen vielleicht noch. Wir halten die Halle. Sucht ihr die Leutnants und die unverdorbenen Lyrium-Lager. Bringt sie her, dann bringe ich euch Neid. Zeigt keine Gnade! Zeigt keine Gnade!